Ich habe hier den Knauf, mit dem ich fahre. Ich habe hier an dem Knauf alle Funktionen, die ich hier an den Schaltern hätte. Zum Beispiel Blinker, Blinker links, Blinker rechts, Hupe, Scheibenwischer, also der geht aber automatisch an, aber das Wischwasser kann ich darüber anmachen. Das heißt, wenn ich lange hier drauf drücke, dann geht das Wischwasser an und der Scheibenwischer geht an. Und was man auch machen könnte, wenn jetzt zum Beispiel jemand fährt, der zwei Arme hat, dann kann ich hier auf den Knopf drücken und kann den Knauf raus machen und dann kann jeder mit meinem Auto fahren. Das ist halt eine Funkfernbedingung, also der Knauf klappt jetzt auch so, wenn er nicht eingesteckt ist.